Hallo und willkommen zur neuen Folge Let's Builder Zoo, zusammen mit Apfel. Hallo. Letzte Folge haben wir hier drüben die Schweine gemacht. Die sind auch übrigens viel, haben wenig Platz. Zu wenig Platz. Aber noch schlimmer ist es bei den Hyänen. Die haben wirklich zu wenig Platz. Ich weiß nicht, warum Hyänen so fucking viel Platz brauchen. Das ist einfach schlimm. Deswegen. Wir haben gerade kein freies Gehege. Einer stimmt. Speedy muss seine Art retten. Das hatten wir noch in letzter Folge. Speedy, ich schwöre, wenn du das nicht schaffst. Keine Empfängnisverhütung für dich, Tier. Äh, Oliv meine ich. Jungs. Jungs, ich meine damit Speedy. Speedy, du musst deine Art retten. Das ist die einzige Chance, die sie hat. Ähm, ich mach scheiß auf das Volker raus. Warum bist du überhaupt hier? Weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass wir eine Ex oder kurzaberschreiben, weil die zwei anderen Typen eine 5 reingehaut haben? Nein. Da, wo er gleich danach die Auswahl gemacht hat, mit denselben Fragen, nur leicht, aber gesagt hat, wir sollen sie nicht abschreiben, damit er sie für eine Ex annehmen kann. Achso, ja doch, genau. Da war was. Ja, genau. Der eine ist ja jeden Montag krank. Oder fast jeden Montag. Natürlich. Und wir haben die ja heute bloß wegen ihm geschrieben. Er war heute krank. Das wird jetzt aber auffällig. Ach. Obwohl, die wissen das eh schon. Was? Glaubst du? Ja, natürlich. Zebrahund? Zebraschwein? Nein, das ist eine Vienne. Keine Ahnung, warum sie so aussieht. Das ist Freeway. Du sagst mir so, hä, was macht jetzt dieses Ding bei den Vienne, gell? Gucci. Oh, Gucci. Lebensschwein, Durchschnitt, minus zwei? Der ist einfach schon tot. Aber wieso denn? Euch geht's doch gut. Ja, die Hygiene vielleicht ein bisschen, aber... Euch geht's doch gut. Ich hab doch jetzt schon... Ich hab alles getan für euch. Sag mal, war ich jetzt jetzt wieder nicht da? Doch. Wieso? Sieht so anders aus. Da hast du wohl nicht aufgepasst. Eigentlich schon. Muss das da gewesen sein. Wir haben hier oben unsere Müllverbrennungsanlage. Und wir sind immer noch auf der Suche nach besseren Bussen, damit wir mehr Leute transportieren können. Und hier drüben werden wir niemals hinkommen. Also ich muss... Ich grinde auf das hier. Wir haben nicht mal Sicherheitskameras. Brauchen wir auch nicht. Jeder, der hier drin irgendwas klaut, den werden einfach ins die Finger gebrochen. Ja. So ist das halt. Jeder Shop-Oner ist eigentlich nur so ein Security-Typ. Ja. Das ist doch ein afrikanischer Land-Officer. Ich bin gar nicht sicher, ob das in Marokko nicht sogar wirklich so war. Ja? In Marokko ist es safe so. Das hat mein Vater auch erzählt. Ja, das ist doch schon... Da, wenn die dich erwischen, dass du irgendwas klaust, dann... Dann brechen die dir nicht die Finger, sondern dann hacken die dir die Hand ab. Dann kommst du nicht mehr nach Europa. Nee, sowieso nicht. Nein, verlass uns nicht! Nein! Beliebtes Ziel. Kannst du sicherstellen, dass 250 Besucher an einem Tag schaffen, wäre easy. Habt ihr da oben gezüchtet? Will ich auch hoffen! Ihr seid nämlich jetzt schon zu überfüllt. Aber komm, wir kaufen ein neues. 32 von 27 geht. Ich krieg auf, wenn ich es dir hier erinnere anzuschauen. Hör auf, da unten hinzulaufen! Zack! Mini-Brunnen! Als ob das bloß ein Einer-Durchgang ist. Das ist ja voll dumm. Äh. Das ist der ganze Park schon falsch designt dafür. Ja, das ist auch richtig dumm einfach, dass das ein Einer ist. Kein... Ich geh sowieso nicht mal anders aus. Ich muss mir mal größere geben. Hoffe ich. Was machst du hier? Schwarzmockshändler. Äh, nee, ich will es nicht anzeigen, weil ansonsten wird meine Moral wieder besser. Und das will ich nicht. Wir können hinten mal wieder eine Bank hinmachen. Wir haben schon... Okay, wir haben eine jeweilige Bank, aber... Komm, eine Bank schadet nie! Oh, der hat keinen Platz mehr. Fuck it. Da hat er einen Holzstuhl. Einfach random einen Holzstuhl. Geht schon. Die Dunkelheit erweitert sich. Wir öffnen in... Wir öffnen in so für 10 Stunden. Wir... Oh, cool. Näher als wir denken. Die Zukunft ist hier. Also wir... Also die Planung unserer Samtrives kommt gut voran. Wir haben viele Weltraumspiele wie No Man's Sky und EVE Online gespielt. Also glaube ich, wir wissen, wie wir vorgehen sollten. Aber wir brauchen immer noch mehr Investment. Wir könnten dir ein paar Aktien deiner Wahl für 10.000 verkaufen. Vielleicht, Digga, Calvin, ich dachte erst, du bist eine Frau. Der hat uns schon mal angeschrieben. Kannst du dich noch erinnern, ganz am Anfang, da hatten wir noch kein Geld. Ich muss mal ganz kurz... Ja, das stimmt. Jetzt haben wir Geld. Komm, was soll schief gehen? Simplus 10.000. Simplus 10.000, genau. Zack. Investiert in die Zukunft. Das ist der Typ, der, wo uns anschreit, einfach Calvin heißt, sollte schon ein Zeichen sein. Ja. Ah ja, stimmt, das Schwein. Ich dachte mir gerade, was kommt denn jetzt? Ja, ich auch, Digga. Wir kommen immer näher, Bruder. Ja. Denk, ob er Kate Wikinger aus. Jo, wir haben fünf Schweine. Whoahu. 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 Whuhu. Wuhu. LAS HÄBIS GESAGT! Hahaha Okay, okay Ich will keinen Stress, World Ich glaube wir können unseren Ticketpreis machen vorher Ich kann mein Licht wieder ausschalten Ah, dunkel leider Schaffen wir 250 Bezuche? Es schließt um 7 Uhr, es wird knapp Verdammt, wir brauchen halt echt den besseren... Den besseren scheiß Bus Ansonsten wird das gar nicht Verdammt War da schon wieder ein Influencer? Nein, war keiner da Nee, war keiner da Oh mein Gott, Captain Cola! Oh mein Gott, unser Nebenssklave Passt zu unserer Moral Warum ist denn unsere Moral so weit unten? Er hat nur 35 Wir können keinen Müll mehr verbrennen! Verdammt Ja, was soll ich denn bei den Tieren machen? Wie früh Babys von ihren Müttern getrennt werden Verdammt, war ich zu oft schon beim Schwarzmarkt Scheiße Aber weil wir zu viel Pflanzen hier haben Das ist echt schlecht Der gewinnt heute einfach 3k Digga Es läuft halt echt gut 19 Punkte kostet Oh Gott Ich werde die Folge nicht beenden Bevor wir nicht Den Bus haben Wenn das denn überhaupt der Bus ist Nein, das bringt mir Moral Ente Wasserschwein Oh Ich denke, die Schlange, Alter Die Schlangen gehen auch richtig ab Ich glaube, ich muss die mal stoppen Aber wir wissen alle, wie es enden wird, wenn wir sie stoppen Ja Genauso Oh mein Gott, Speedy hat einen kleinen Speedy gemacht Pierre Pierre, du bist die Rettung Sind die da unten nicht alle schon zu alt, um Kinder zu bekommen? Ja Zu alt, zu alt, zu alt, zu alt, zu alt Okay, wir lassen die da unten sterben Und die da oben müssen das da unten neu besiedeln Speedy Speedy kriegt da unten sein eigenes Gebiet Du Ich würde gerne ein Tier verkaufen Und zwar Wo haben wir 24 Schweine? Was? Wo? Wir sind... Wir sind 5 Oh, warte mal, warum haben wir 2 Schweinegehege? Was habe ich gemacht? Wie konnte mir das bis jetzt nicht auffallen? Ja, das eine hast du ja gemacht, dass du die oben verlagert hast Ja, das war ja das alte Hasengehege Aber warum habe ich ein neues gemacht, um da... Um Hasen... äh, um Schweine unterzukriegen Was habe ich mir gedacht? Leid 87, du ja Die ältesten werden verkauft Außer du du du... ne du siehst nicht cool aus Ähm, verkaufen Und einen Affbeer kaufen wir Weil Affbeeren einfach cool sind Amen Guck und schon sind wir bei Moral 35 Schön Ich hoffe, dass der Affbär mal ein paar Leute hier in unseren Zoo packt Richtig wegballern Können wir jetzt eigentlich endlich mal diesen letzten scheiß Hasen kriegen, der uns noch fehlt? Der ist sehr krank Und sonst findet zwei Hasen Es fehlt aber, glaube ich, noch eine Schlange Mach das Mein Gott, warum wurde ich denn jetzt ganz rausgeworfen? Züchtet Schildkröte? Oh yeah Oh Enten 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 Oh, ich komme in die Hölle Was? Oh, warte mal, wir haben ja Zwölf Bewerber Äh, du bist neu Du kommst rein, du kriegst 70 Euro Und Kirby kommt auch rein, du kriegst auch 70 Euro Der Rest, ihr könnt nach Hause gehen Ich zeige dir, ihr könnt nach Hause gehen Wir suchen nicht mehr Habe ich jetzt? Danke Jesus, die Scheiße habe ich jetzt geschafft, Olivia Ich sitze mindestens zwölf Grundstücke, sie haben gesagt, als wäre es so easy Haben wir eigentlich schon Fabriken? Oh, wir haben eine Güttelfabrik Lol Du weißt, was jetzt wird, Zeit ist? Es ist Zeit, wieder grün zu malen Yeah Es ist das Schlimmste, was es gibt in diesem Game Aber wie gesagt Die Folge Ja, wir sind erst bei 15 Minuten Wir werden erst enden, wenn wir diesen Scheißbus erreicht haben Auch das dauert wirklich viel zu lange Mir ist scheißegal, ob die hier hinten rumlaufen Ich lasse die Zeit einfach weiterlaufen, damit wir mehr Forschungspunkte kriegen Und jetzt werden wir reich Jetzt machen wir aus unseren Schlangen Gürtel Halt Kommerz Man muss auch jedem Trend folgen Uschi Sollten wir auch machen Nein, wir sitzen hier und spielen Spiele, die 20 Jahre alt sind Wieso tun wir das? Das aktuellste Spiel wäre vielleicht noch Minecraft Hör uns, du Auf uns im Kanal Nee, das sehe ich nicht Wir hatten ja Susereen und das ganze Stuff Wir hatten schon ein paar neue Games Ich meine aktuell jetzt Achso, aktuell? Das ist das letzte Bild dazu Oh, stimmt Ich kümmere mich um meine Projekte Ich kenne mich hier aus Oh mein Gott, du willst mich verarschen Warum kann ich das nicht bauen? Ich könnte Nötige Moral 35 Wir haben 35 Danke Liebe Schlangen Euer Zuchtverbot ist somit vorbei Oh mein Gott, wie viel Scheiße da drin rumliegt Oh, da liegt ne tote Schlange Yeah Unser erster Gürtel Ja Wo kommen die Babys hier, wenn ich euch verboten habe zu züchten? Hast du es allen verboten? Ja 37.000 nur eingenommen 26.000 Ausgaben Ja gut, man muss das so sehen Wir haben ein Grundstück gekauft So, was ist billiger? 18? 20 18 ist billiger Und das hat was mit Moral zu tun Das wollen wir ja nicht So, ist eine von euch wieder schwanger? Ja Ja Oh mein Gott, Speedy Pierre Ihr seid so krank Ich bin gleich wieder da Ja Kann man jemand die Schlange in unsere Fabrik bringen? Oh mein Gott, die ist auf dem Trampolin gestorben Beim Springen Beim Spaß haben Ich glaube nicht, dass sie die erreichen können Wenig Wasser Ja, Bonnie ist tot Mir egal Ja, unsere Schlange hier wird glaube ich ein bisschen zu leer Äh, ein bisschen zu leer Ein bisschen zu klein Ähm Deswegen habe ich Also deswegen Ich würde die umplatzieren Ich würde die umplatzieren Und zwar nach hier drüben Und damit dafür Die Schildkröten holen Weil Die in demselben Gehege chillen können Ja, die können dann einfach Also die kann dann einfach das Gehege darüber nehmen Ich fiel es hier einfach einen Doppelweg weiter Dann kriegen die Schlange da unten ein neues Neues Wüsten-Theme-Gehege Passt zu Objekte hinzufügen Mindestens Vier Wasser-Tröge Trüge 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 Kriegen wir dann ein Trampolin Damit die da drauf sterben können Äh Und noch einen fucking Lauper Und die brauchen safe noch mehr Deswegen kriegen die dann noch 50 Bälle mit rein Ist das Gehege jetzt eigentlich überhaupt grün? Gehegegröße Gehegegröße 63 Wenn ansonsten begrüße ich das nochmal Ich vergrüße es So Oh mein Gott Wieso stand da gerade was von einstellen? Die müssen wir dann doch woanders hinstellen So Ihr Kollegen Alle nach hier drüben Alle außer der Toten Außer die zwei Toten Ja Mein Gott die 250 sind so close dass wir die schaffen Das ist krank Kann ich jetzt mal eigentlich jemand die Schlangen abholen? Mein Gott Dekoration Ein Besucher hat den Zoo verlassen Weil er nicht attraktiv genug ist Will ich mich verarschen? Siehst du wie viele Pinguine hier rum sind? Da kriegst du ihn keinem anderen zu Schlimm 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 ist das mit den Leuten hier Gott sterb dir langsam Okay nein Sollten sich reproduzieren Oh Junge Irgendjemand hat die Schlange abgeholt Sie ist nicht hier gelandet Ich verarschen Nein Ich wollte das nicht Ich wollte Objekte anzählen Und das Trampolin verschieben Danke Und jetzt kann bitte jemand die tote Schlange aus dem Behege holen Und die toten Hasen Gott die Hasen nehmen überhand Oh 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 Unsere Hasen sterben aus Verdammt Wenigstens ihr oben Macht einen guten Job Hab ich den Hasen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt? Das ist jetzt langsam Was ich dahin rauf Nein Goddammit Goddammit Ich habe ihn nicht gesehen Fuck you Stacey Du kannst schon dafür bezahlen Woh-woh-woh-woh-woh-wait Ähm Fuck Ihr Jungs hat niemand Bock irgendwie die abzuholen oder was? Was passiert hier denn? Okay Wenigstens hat jetzt mal jemand die Schlange abgeholt Ja, aber die liegt noch da drin, oder? Wait Was machst du? Wo kommst du her? Oh nein, ich war noch gemutet Wo kommst du her, Bruder? Was hab ich mit den Schlangen verpasst? Ich hab die umge- äh 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 umziehen lassen Ach der Junge, ich wusste nicht, dass ich wütend bin und ich denke, ich habe jetzt gefragt, wo sind denn alle Schlangen und in dem Moment bist du jetzt in der Güntelfabrik gegangen? Nein Nein, aber unsere Hasen werden aussterben Ach shit Die sind alle zu alt, um Kinder zu kriegen Und du siehst ja die ganzen Gräber Niemand will die fucking Leichen abholen Aber wenigstens haben wir ein paar Gürtel Ich werde jetzt hier bei jedem einen fucking Ich werde jetzt hier bei jedem einen scheiß Bestatter anrufen Kann doch nicht wahr sein, dass meine Mitarbeiter zu inkompetent sind Hier Bestatter Achso Okay, lol Ich habe keine Ahnung, warum das bei dem einen einfach gezählt hat Ich habe das halt oben auch schon gemacht, bei der Schlange, die kommen halt einfach nicht Hm Wie viele Hasen, er wird gestorben Ich glaube, ich glaube, die sind alle unfruchtbar Oh nein, Skipper nicht Skipper ist der einzige, der noch Kinder kriegen könnte Wenn er denn nur wollte Oh, wir haben noch keinen Lager Komm, drei Punkte noch Haben die gerade Leichen abgeholt? Ich glaube nicht Die gehen da zu dritt rein, schauen sich das an und sagen so Oh, wir sind auch cool Nice Oh, linken paar tote Gänse Zurück ins Gehege heißt, dass die jetzt im falschen Gehege chillen Zwei komplett inkompetenten Idioten Und die ganzen Arbeiter bei mir auch Ich würde ja am liebsten einfach alle feuern Das sind Ernährungsschuppen, müssen wir verarschen, ne? Wo ist der scheiß Bus? Wo kann ich denn, wo kann ich denn Bus, ist es mal verliehen? Wie geht das? Verbrennungsarbeiter Ich glaube, wir brauchen solche Leute Ich glaube, dass der eine da überfordert ist Oh, wir haben drei Gürtel Und wir brauchen nur ein Lager Dann können wir das auch vermarkten Erwarten vor allem Ja Die Pflege ist blockiert, wo? Wo bist du blockiert? Kommst du überall hin? Hä? Die hat einen scheiß Laubbusch nach da drüben Wofür bist du jetzt glücklich? Oh, die Toten aus dem Gänsegehege wurden abgeholt Langsam aber sicher arbeiten die doch Die Idioten Entdecke 21 einzigartige Angestellte Oh, haben wir schon Zack Ich habe keine Stellung Dann habe ich halt bloß ein Dann habe ich bloß zwei Bin ich auch zufrieden mit? Eigentlich nicht, aber ja Aber ja So, den Tag machen wir noch Dann was ist So Wir können Können wir wieder Wir können hier mal welche Ins zweite Gege umbringen Ähm Dozer Pierre Und Whiskers Gehen ins neue Gehen ins Äh Andere Gehege Was Neu zu bevölkern ist Haben wir da eigentlich überhaupt noch Hasen drin? Einen Hase nur noch! Einen Hase? Ja Digga, wer bist du eigentlich? Wer bist du und was hast du da drin gemacht? Tierbestatter Arbeite mal mehr! Kann es denn sein, dass du da Der Der ist da reingegangen, hat sich das angesehen und ist gegangen? Er macht einfach gar nichts! Schlangen können wir niemals genug haben Wo ist bitte wenig Wasser? Aber wir haben weniger eingenommen als letzten Monos Aber Das war's noch mit der Folge Lasst doch ein Like und ein Abo, wenn es sich gefallen Schaut euch im nächsten Video vorbei Und Tschüss! Tschüss!